Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir spielen weiter mit Mario. Erstmal zur Erklärung, warum dieses hier schon freigeschaltet ist und dieses auch. Ich hab's schon gespielt. Warum? Ich habe die Aufnahme gestartet, aber ich hab ein paar Einstellungen vorgenommen und jetzt statt... Ich hab vergessen, dass er nicht aufhört aufzunehmen, einzustellen. Wenn ein Frame gedroppt wird, einfach weiter aufnehmen. Ist scheißegal. Hab ich nicht eingestellt und er hat die Aufnahme unterbrochen. Das habe ich natürlich so dumm wie ich bin nicht bemerkt. Und jetzt muss ich das nochmal machen. Das Problem ist hier, das war ein Uplevel. Das konnte man sich Leben holen. Da habe ich 5 Leben geholt und 3 Bowser-Münzen, das heißt 2 Leben. Und dann gehen wir halt nochmal dieses Level rein. Meine Güte. Und dann machen wir es nochmal. Jetzt wisst ihr aber auch, warum ich Mario nicht gebracht habe, weil Warriors Ochi so lang runtergeladen hat. Also jetzt ist natürlich dieses Level nicht mehr blind. Ist klar. Oh, habe ich ganz schön früh verloren, die Blume. Das soll man das nochmal probieren. Ja, komm. Beim letzten Mal hat es geklappt. Oh, Feuerblume. Vorhin habe ich Leben bekommen. Ich hätte gerne Eisblume. Warum? Frage ich nicht. Oh, da ist die Münze weg. Ups. Ganz schön knapp. Äh, die gelben kann man reindrücken. Dann kommen Münzen. Die kann man nicht zerstören. Da bräuchten wir... Oh. Eisblume. Ah, komm zurück, Mario. Okay, jetzt kommt es gleich schon wieder. Ich hoffe, da ist das gleiche drin wie vorhin. Oh ja. Jetzt sollte ich aufpassen. Ich habe gesagt, ich kann mit dem Stern noch hier unten rein. Das werde ich diesmal nicht machen. Oder doch, ich zum Zeigen. Oh. Wir kommen hier nicht durch. Ja. Da unten ist auch nur eine Münze. Ja. Und das ist das Problem. Chip, chip. Wie heißt der nochmal genau? Oh Gott. Mal gucken, ob wir wieder die Spitze erwischen. Oder ich. Ja. Nice. Warte, time. Okay, fehlt uns trotzdem noch eine goldene Münze. Entschuldigung. Also, so war das Warte-Level. Entschuldigung. Lieber Bowser. Was? Deine Kinder sollten lernen, dass man niemals gegen das Gute verliert. Wahrscheinlich. Schaut, dass man das nicht... Ja. Ne, kann man nicht. Chip, chip. Genau. Oh. Chip, chips. Alles klar. Jetzt kommt wieder... Ein Dämonenturm. Nein. Witzmeerturm. Eins. Also, wir laufen jetzt gerade die dritte Burg an. Oh nein. Gute Voraussetzung. Ich hasse diese Stachelteile. Falls ihr das wissen wollt. Kann diese Dinger nicht leiden? Oh ja. Oh ja. Interessant. Aha, links, links, links. Go, 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 go. Hier ist auch eins. Hier ist auch eins. Jetzt zählen wir nix. Oh. Oh, ist ein Geimgang. Aha. Scheiße. Links kann man hoch. Interessant. Oh, oh. Ich habe Angst. Oh ja. Hallo ja. Achso. Ah, stimmt. Das geht ja gar nicht. Aber links ist ein Geimgang. Auch nicht. Scheiße. Ich dachte. Das sah so aus, ne? Wo? Wo? Oh, links ist ein P-Block. Sagst du? Ah. Das war ein Geimgang irgendwo. Habe ich doch gesagt. Oh, geil. Das geht. Alter, ich habe so Schiss hochzugehen. Oh, da oben. Lol. Was habe ich denn gemacht? Oh, da oben. Leckmächter. Nein. Oh, oh, oh. Das war nicht gut Als kleiner Mario gegen den Interessant Ja, das wird sich jetzt rausstellen Dass wir das nicht schaffen werden Wahrscheinlich Oder doch Wasser Oh, Moment, Wasser Wasser Wow, du kannst Wellen machen Interessant Nein Wow, das war ja überhaupt gerade Ich hab gerade Aber kratzt da drüber Mario, Mario No. 1 Ich kann Synchronsprecher werden In your face Oh nein, da will ich nicht hin Hopp, uah, rette mich Rette mich Speichern, natürlich Nein, noch 9 Minuten Ja, das ist sehr schwer Ich weiß Oh, schönes Geisterschiff Ja, Geister Schloss reicht denn nicht mehr Jetzt kommt ein Geisterschiff Alles klar Super Mario Hä? Das Level erinnert mich an Super Mario Bros Aus dem Jahr 1987 Da konnten die Alle drei Sterne? Alle drei Sterne? Alter Ihr habt echt den Arsch offen Okay Hä? Wieder unten den Bauch? Ne Da kommen wir her Mario Oh Kann man mitnehmen Ja, können wir auch gleich einsetzen Wir haben ja nur drei Nur fünf Stück Oha Also wenn man es genau nimmt Haben wir nur fünf Stück Das ist ein super Gegenstand Alles klar Der Ja, Mi sieht ein bisschen crazy aus Muss ich sagen Aber Nicht schlecht Moment Sind die auch wieder da? Alter Geh weg Ah da Sieht man ja Tatsächlich Da zwischendrin Die Rohre Und man sieht die rote Da ist auch wieder Diese Pflanze Mist Also hätten wir es gar nicht kaputt machen müssen Nur für eine Kiste Mich juckt es am Ohr Sorry Sorry Okay Geister Schiff Jetzt mal Da Puchus Oh nein Puchu Insane Wow Ja sicher Wow Also es hat sich schon gelohnt Das mitzunehmen Ehrlich gesagt Und was werde ich das hier irgendwo Ja, ja, ja Komm Nein Runter, runter, runter Oh, er fehlt Na gut Und tschüss Ja, nur 500 Minuten Sekunden Zeit Alter, leck mich an Dein Klöten Da ist die Lücke Kann man doch gar nicht vernichten Oh Herzlichen Glückwunsch Naja Natürlich Ja, super Wie ich Geister Schiffe liebe Wow Na, woher War schon klar Mir wand Wir bauen da eine Wand Wir bauen hier eine Wand Wir springen Lassen dich ins Wasser springen Moment Ich dachte, das ist eine Kiste oder so Oh Aha Was sagst du Die Kiste ist nicht echt Äh, die Tür Und jetzt Ja, super War schon irgendwie klar, dass da sowas drin ist Wo muss ich hin Da steht auch ein Pfeil War nicht gut War nicht gut Ah Ah Fickt euch Nintendo, Alter Was kommt als nächstes Sicher Als ob das richtig war Alter Auf Anhieb durch Sagst du Ja Sicher Ich hab's gewusst Dass ich da nicht so leicht durchkomme Also Ich sag mal Verdammt Und easy Okay Dann können wir mal runter, oder? Verdammt Easy Sollten wir uns vielleicht das Yoshi mitnehmen? Alter Alter, der sieht richtig, richtig crazy aus Aber ehrlich gesagt Ist mir Egal Wir brauchen es Ich hab Wobei Oh, na Unterwasser Level Ja Ja sicher Achso Wieder noch Hallo Ha Nein Okay Aber Ich hab's gewusst Oh Oh Trifft den gar nicht Ja Ich werf das weg Bevor da was rauskommt Ich weiß Mini Mario Mit dem kann man über Wasser laufen Und da rein Nein Egal Nein Da geh ich nicht drauf Hört ihr mich mal Oh nein Das lass ich mal schön Wie soll ich da hinkommen Aha Interessant Achso Ach ja Das ist ja nur Die letzte Interessant Oh ja Ob ich das nicht geahnt hätte Ha Hättet ihr gedacht Oder Oh Hab aus Versehen Auf den Knopf gedrückt Da Oh Er sagt Der Timer Du bist durch Mein Innerrohr sagt Du hast noch Ein paar Sekunden Ja klar Ich werde Im Leben Meinen Scheiß Nicht riskieren Wegen unserer Münze Oh Na gut Dann halt so Und dann sag ich Jetzt Nicht im Universe posten Und Dann sag ich Jetzt Beenden wir die Folge Okay Ja zu easy Ja ein bisschen Mit fliegender Mario Erst recht Mit dem wäre es ja noch viel leichter Mit dem Kleinen Yoshi Immer flieg 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 Schluck Schluck Gluck Gluck Okay Bis zur nächsten Folge New Super Mario with you Morgen Am Dienstag Ciao Und haut rein